Hey, hey, hier ist der Wamm-Dribbler. Wir wünschen euch schon mal ein frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr seid eine schöne Zeit. Denn ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast. Heute machen wir so eine Mischung aus, wir besprechen Augsburg und Union Berlin und machen so ein kleines Hinderrunden-Fazit. Vielleicht wird sowas ausführlicher. Ich mache den ganzen Kram natürlich nicht alleine, sondern habe an meiner Seite auch noch den Schwerensky 8, den Micha dabei. Ein guter Kick in die Runde und guten Tag. Ja, erst mal, Micha, wie hast du so die Feiertage überlebt? Mit Familie, ganz wenig mal vielleicht ein Wein. Und sonst war es natürlich sehr besinnlich und ruhig. Also ich kann erzählen, dass wir gegessen haben und getrunken und wir haben eine richtige Party gemacht, irgendwie zehn Tage lang. Ja, wir machen zehn Tage Party. Wer von euch den gecheckt hat, ist gut. Wer nicht, ist auch in Ordnung. Grüße gehen raus an Jesus. An wen? An Jesus. Kenne ich nicht. Steht nicht in meinem Buch drin. So, Micha, wir fangen direkt mal beim Augsburg-Spiel an. Ja, Fortuna verliert 3-0 bei dem Spiel, wo wir gesagt haben. Zwei Spiele, sechs Punkte. Ja, war natürlich ärgerlich. Das war ja eigentlich die Hoffnung, dass man gegen Augsburg gewinnt, weil die ja eigentlich eine Mannschaft sind auf Augenhöhe. Ja, Fortuna dachte sich so, wir haben die letzten Spiele auch eh mindestens drei Tore kassiert. Keins geschossen. Ist dann egal, ob es Augsburg ist oder Bayern-Leipzig. The trend is your friend. Ja, genau. Dein Zitat mal wieder einzufüllen nach Ewigkeiten. Nee, ich fand tatsächlich, ich habe das Spiel verschlafen. Ich habe die kleine ins Bett gebracht, bin dann mit eingepennt. Beim 2-0 Stand bin ich aufgewacht ungefähr, habe drauf geguckt aufs Handy und dachte mir, ach nee. Spaßst du dir? Spaßst du dir? Bin in mein Bett gegangen und dann weitergepennt. Habe ich nicht mehr angemacht. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht, für Dona 3-0 gewonnen. Ich habe natürlich die Highlights und alles gesehen. Und mir fiel das auf. Das letzte Mal, als wir ein Spiel zusammen geguckt haben, gegen Paderborn, glaube ich, war das. Und ich war drüber auch so gespielt. Ich hatte das Gefühl, wir fahren nach Augsburg, kicken ein bisschen und fahren mal wieder weg. Weil das war ja echt, da war ja gar nichts. Irgendwie, da war irgendwie kein Kampf, keine Spielidee hinter. Und klar, Funk hat am Ende gesagt, wir stellen nicht mehr so offensiv auf wie vorher. Aber irgendwie fand ich die Aufstellung jetzt gar nicht so krass offensiv. Oder täuscht das? Für mich war es eine neutrale Aufstellung. Er kehrte halt vom 5-3-2 zurück zum 4-3-3 oder 4-2-3-1. Wie du die Männchen verschieben willst. Kehrte er halt zurück. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber es spielt ja auch weiter im gleichen System. Stellte, glaube ich, gegen Union Berlin auch nur dreimal um. Und gegen Union Berlin gewinnst du dann irgendwie 2-1. Klar, Hennings und Tommy machen da zwei Sonntagsschüsse mehr oder weniger in einem Sonntag. Ja, weil zum Beispiel, das Ding ist, glaube ich, Augsburg war zu dem Zeitpunkt halt noch in einem Lauf. Die sind gut dabei. Die sind, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele. Aber ich glaube, die sind irgendwie Zehnter oder Neunter sogar. Die haben allerdings auch, finde ich persönlich, einen guten Kader. Klar, auf der Torwartposition kann man immer streiten. Aber ich finde, mit Max Lichtsteiner offensiv sind die auch gut dabei. Also die haben jetzt keine Gurken. Jetzt weitet man bei Leverkusen Champions League gespielt. Eine komplette Gurke ist der nicht. Der hat mal bei Rom gespielt, bei Erst Rom. Also so komplette schlechte Spiele haben die nicht. Also ich mag den jetzt, weil ich würde mich freuen, wenn der bei Fortuna spielen würde. Aber der Torwart, Kubek heißt der, ist der Torwart, der hat ein bisschen auch was vom, wie soll ich das sagen, auch ein bisschen sowas wie der Steffen. Der ist eigentlich gut, aber hat halt immer mal wieder so einen Bock drin. Ja, ich sage mal so, gegen Bayern, Leipzig, Dortmund ist okay, wenn man drei gegen Tore oder mehr kassiert. Aber gegen Augsburg sollte man meiner Meinung nach, wenn man schon drei kassiert, dann mindestens auch noch einschießen. Das könnte man natürlich... Aber man war halt wirklich komplett unterlegen gegen Augsburg. Das war wirklich, man hatte teilweise das Gefühl, wir spielen gegen Leverkusen oder gegen Bayern, Dortmund. Ja, du hast halt auch mit Max jemanden gehabt, der hat diesem Spiel links-Mittelfeld gespielt, also eher offensiv, wo der wirklich eine Qualität in der Offensive auch einsetzen konnte. Und der hat uns halt bekloppt gemacht auf der linken Seite. Immer wieder von der linken Seite in die Mitte gezogen. Und das hat der hundertmal in diesem fucking Spiel gemacht. Und hundertmal hatten wir keine Option. Zum Glück hatte er nur zwei Tore daraus gemacht. Was mich, wenn du jetzt keine Worte mehr hast, am meisten gewurmt hat, war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher, dass wir außer das eine Tor in Hoffenheim fünf Spiele lang kein Tor geschossen haben. So nicht mal irgendwie einen 4-1, 5-1, 3-1 oder so ein Gedriss, sondern einfach immer zu null verloren. Die Zeit hat ja auch unsere Tordifference komplett gekillt. Davor hatten wir eigentlich eine ganz solide Tordifference. Aber jetzt, so, ja, ist halt... Es läuft halt ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, Augsburg hatte zu Beginn diese Todeswoche, diesen Todesmonat und wir hatten den zum Ende hin. Wir müssen halt nur irgendwie, deswegen leiten wir jetzt schon mal zur Union Berlin rüber und vielleicht ein Stück weiter zu unserem Trainingslager in Marbeille. Vielleicht können wir da wieder hinfinden zu dem, was wir letztes Jahr gespielt haben. Vielleicht ein bisschen modifiziert mit den Leuten, die wir jetzt haben. Denn die haben durchaus Qualität. Hennings hat wieder ein Tor geschossen. Der war wieder mit dabei. Sensationelles Ding. Erik Thommy gegen Union Berlin zum 90. zum 2-1. War echt ein klasse, klasse Ding. Ich glaube, der wollte den auf jeden Fall mit dem Außenriss lang schießen. Aber dass der den natürlich so krass unten ins Eck klatscht, war natürlich ein Tor des Monats eigentlich. Oder ein Tor des Jahrzehntes oder ein Tor anderer Male. Noch ein Zitat. Heute hau ich sie rauf, zwei Stück. Eins brauche ich noch. Aber es war Wahnsinn irgendwie. Du warst im Stadion, ich sag's nur zu Hause vor dem flachen Bildschirm. Und ich hatte Emotionen pur. Hattet ihr im Stadion auch Emotionen pur, als Erik Thommy in den 90. das Tor des Jahrzehnts schießt? Der Thommy, der stand jetzt gefühlt 10 Sekunden am gleichen Platz und guckt links alles zugedeckt, guckt rechts alles zugedeckt. Und dann denkt er, du hast richtig gesehen, wie er im Kopf gerattert hat und sich dann denkt so, ich lege den Ball einfach mal einen halben Meter nach rechts und hau dann einfach mal aus 20, 25 Metern drauf. Topspin! Und du hast halt gesehen, dass irgendwie, ich meine, als der geschossen hat, dachte ich mir auch so, ja komm, weißt du, kannst du ja mal versuchen. Aber selbst der Torwart, der, ich hab den Namen vergangene. Ich weiß nur, dass das ein Ginkiewicz, keine Ahnung. Ginkiewicz heißt der. Ja, ich weiß nur, dass das halt ein Pole auch ist. Und ja, der guckt da so hinterher, so als würde der Ball so einen halben Meter am Tor vorbeigehen und dann schlägt er auf einmal ein. Ja, das ist tatsächlich, der Ball fliegt recht gerade und dann plötzlich rutscht dir im Schuss, siehst du, wenn du so dieses Replay anguckst, dass er den trifft nicht mit dem Spahn, sondern trifft ihn mit dem oberen Teil vom Spahn, fast den Außenriss. Und der Ball fliegt halt und gleitet dann halt irgendwann durch diesen Drift, den er hat, einfach weg ins lange Eck. Und der Keeper, der ist ab dem Moment unhaltbar. Außer du springst natürlich mit einem Full Dive in die Ecke, aber der Ball fliegt ja ein Stück weit gerade, bevor der irgendwie so einen Knick kriegt. Ja, und was ich halt auch krass fand war, der Ball ist gegen den Pfosten geprallt und bei mir war es halt, weil es die letzten, in letzter Zeit immer so war, wenn der Ball gegen den Pfosten geprallt ist, dann ist der immer in so einem Winkel gegen den Pfosten geprallt, dass er dann rausgefallen ist. Der fällt rein. Und dann höre ich einfach nur dieses Bamm an den Pfosten und denke mir so, na toll. Und dann sehe ich auf einmal, dass der halt drüber springt und reingeht. Und ja, und dann ist man halt ein bisschen auch so, aber obwohl ich ja eigentlich sagen muss, das Tor vom Hennings. Fandest du schön, dann? Das war, ohne Scheiß, das Tor vom Hennings war richtig, also er hat den aus Vollsprint, mit seinem schwachen Fuß, aus so einem Winkel, in den Winkel geballert, wo ich mir dann auch denke so, das machst du aber auch nur, wenn du Hennings in dieser Saison bist. Also normalerweise, das ist ja zum Beispiel das, was dem Kovnatski aktuell fehlt. Ich fand, Kovnatski war gegen Union Berlin, er hatte immer richtig gute Aktionen. Kovnatski hatte in jedem Spiel gute Aktionen, aber irgendwie fehlt ihm dieser eine, ich will nicht sagen eine Prozent, aber dem fehlt irgendwie diese Form, dieser Lauf, dieses Momentum. Dieses eine Tor fehlt ihm einfach im Moment, um einfach zur Dynamie zu werden. Momentan ist der noch, keine Ahnung, irgendwie ein Stück Schnur mit Pappe. Aber es fehlt dieses eine Moment. Ihm fehlen dann, um jetzt ganz vulgär, ihm fehlen aktuell einfach die Eier. Also das ist so, gegen Union Berlin war das richtig krass. Er hat richtig gute Aktionen gehabt. Und dann siehst du, er ist am 16er und hat dann die Möglichkeit, okay, ich spiele auf dem Flügel, ich spiele in die Mitte, ich schieße drauf, ich lege nochmal zurück in den Rückraum. Und was macht er? Bis dahin hat er alles zu 100% richtig gemacht. Und dann denkt er sich, ja okay, vor mir stehen noch zwei Leute, laufe ich einfach in den Gegenspieler rein und verliert den Ball. So dieses, und es ist so dieses, Er denkt zu viel. Ja, er denkt zu viel nach. Er hat in dem Moment nicht das Selbstvertrauen, so wie gegen Freiburg letzte Saison. Einfach mal aus 18 Metern, einfach mit einem Vollspann draufhauen. Dafür fehlt ihm aktuell das Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, ich finde, er macht zu 80, 85% macht er eigentlich alles richtig. Aber sobald er im oder am 16er ist, fängt er an nachzudenken. So, und dann merkt man halt, dass er dann irgendwie immer die falsche Entscheidung trifft, beziehungsweise keine Entscheidung trifft, weil er so lange nachdenkt und dann den Ball verliert. Das ist halt immer ärgerlich, aber bis dahin hat er halt alles richtig gemacht. Und ich glaube, der braucht einfach mal wieder, er muss sich halt mal wieder das Selbstvertrauen holen, um dann einfach mal wieder aus 20 Metern draufzuziehen, um dann nicht noch versuchen, ah, ich lege den dann doch nochmal vorbei oder ich spiele dann den Pass, der nicht ankommt, sondern einfach mal drauf das Ding. Und das Selbstvertrauen hat halt Hennings, deswegen kriegt er den Ball in den Lauf, kriegt den Ball am Eck vom 16er und denkt sich dann, ich nehme den Ball nicht an und lege nochmal rein, so was Kovnacki machen würde aktuell, sondern denkt sich, ich haue einfach mal mit meinem schwachen Fuß drauf. Und weil er halt aktuell so einen Lauf hat, der Hennings, landet der Ball mit seinem schwachen Fuß mit 102 kmh im Winkel und wirklich 102 kmh im Winkel, das war gemessen. Ja, aber der Hennings ist ja eh in der Hin... Also, ganz ehrlich, ohne Hennings wären wir richtig am Arsch gewesen in der Hinrunde. Ich meine, er hat 11 Tore geschossen in der Hinrunde von insgesamt 18, die Fortuna gemacht hat. Ja, also, gegen Union haben wir zwei Sonntagsschüsse gemacht, die drin waren. Meiner Meinung nach vollkommen verdient. Okay, vollkommen verdient ist ein bisschen übertrieben. Ich sag mal so, mit einem Unentschieden hätten wir uns eigentlich auch zufrieden geben müssen, weil es halt verdient gewesen wäre, aber dann hat man halt den Hauch, das Glück, was man halt vorher nicht hatte oder längere Zeit nicht mehr hatte, dass der dann halt reingeht. Und dass beide Schüsse halt reingehen. Frist oder stirbt. Aber das Glück, was wir gegen Union Berlin hatten, war vielleicht ein bisschen zu viel, aber es sind vergleiche in den anderen Spielen, wo der Ball halt dann am Pfosten rausspringt oder ähnliches Gedöns, war es dann doch am Ende wieder des Tages wieder 50-50. Von daher, alles gut. Fortuna möchte im Winter gerne auch einen Stürmer verpflichten oder einen, der auch Außenbahn spielen kann. Bevor du weiterleitest, wollte ich nur mal, ich habe ein paar Union Berlin Podcasts gehört, also unterschiedliche. Und wirklich alle Union Berlin Podcasts haben gesagt, dass die Fortuna scheiße finden. So, wo ich mir dann aber auch... Müssen wir jetzt sagen, dass wir Union Berlin scheiße finden? Nein, nein, ich finde Union Berlin vollkommen in Ordnung. Nein, wir finden Union Berlin scheiße, weil die uns scheiße finden. Finden wir jetzt auch scheiße, obwohl ich das, was die für ihr Stadion getan haben, was die mit dem Singen tun für Krebskinder und was weiß ich für ein Scheiß alles gut finde, finde ich die jetzt einfach heute einfach mal scheiße, weil du mir gesagt hast, dass die uns scheiße finden. Nein, nein, ich wollte nur... Fuck you. Was ich halt lustig fand war, dass die in einem Podcast haben die selber darüber geredet, warum die Fortuna Düsseldorf scheiße finden. Und warum? Weil sie wussten es selber nicht. Also das war, falls jetzt Union Berlin Berlin-Fans zuhören. Ist das scheiße? Nein, ich finde Union Berlin ist auf jeden Fall bei... Ist auf jeden Fall eher Richtung magisch, als Richtung neutral oder scheiße. Ich finde sie scheiße. Aber weil halt wirklich, ich meine, es gibt halt immer Leute, die einen selber oder die Fortuna Düsseldorf scheiße finden, aber das halt wirklich konstant durch alle Union Berlin-Podcasts, die ich jetzt gehört habe, dass uns komplett alle scheiße oder dass mindestens einer in der Gruppe uns komplett scheiße fand. Deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, so warum? Also ich, wenn mir einer sagt, ja wegen dem Rösler, weil der sich damals so aufgeführt hat oder das wäre ein Ding, dann sage ich, okay, verstehe ich, aber bitte kurz eine Rückmeldung, warum genau ihr uns scheiße findet und wenn es keinen Grund gibt, verstehe ich auch, gibt auch Mannschaften, die ich grundlos scheiße finde, aber ich fand es halt nur lustig, dass halt wirklich, dass sich das durchgezogen hat durch alle Podcasts, dass uns alle irgendwie scheiße, dass alle Fortuna Düsseldorf vom Grund aus eher scheiße finden. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie eine Mentalitätssache ist oder so, aber liebe Grüße an Union. Ich mag euch eigentlich ganz gut. Vielleicht liegt es auch noch an Drittliga-Zeiten. Ja genau, dass es halt Menschen gibt, die halt unsere Alter sind, vielleicht zwei, drei Jahre älter, vielleicht vier Jahre älter, die kennen halt nur Fortuna gegen Union Berlin in der Dritten Liga und das, was da passiert ist oder nicht passiert ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe zu Union Berlin und der Fenni eigentlich immer nur Positives an Gefühlen und ansonsten, keine Ahnung, momentan gibt es halt bei Fortuna, wenn wir wieder ins Trainingslager gehen und zu dem, was es da das Friede im Dunkel braucht, halt dann eher an Offensiv-Power. Meine Meinung nach ist, Fortuna bräuchte wahrscheinlich eher jemanden im Defensiv-Mittelfeld oder in Länd-Verteidigung, weil unsere Stürmer ja eigentlich oder unsere Offensiven meiner Meinung nach eine gute Arbeit leisten. Tag Betai, oftmals ein bisschen zu Vogelwild auf der rechten Seite, verdrimpelt sich ein bisschen. Ampuma fand ich bis jetzt stark. Warum der nicht so viel gespielt hat, bis jetzt weiß ich nicht. Kovnatski, ja, er hat irgendwie die Probleme momentan vorne, liegt meiner Meinung nach aber auch daran, dass er halt aus der Verteidigung nach vorne läuft, praktisch alles an Power, an Energie, was er hat, verbrät. Dann ist er vorne und dann ist er halt ausgepumpt, wie so ein Maikäfer und dann fehlt ihm halt die Frische im Kopf, die Frische im Körper, halt dann die richtige Entscheidung zu treffen, sondern dann ist es meistens ein, zwei Takte zu schnell für ihn. Ja, bei Kovnatski hatten wir ja das Thema, dass er meiner, oder ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch deine Meinung ist, aber meiner Meinung nach gehört Kovnatski halt ins Sturmzentrum. Das war letzte Saison schon meine Meinung. Ja. Vielleicht auch als hängende Spitze. Ja genau, hinter Hennings sozusagen, als so rotierender Spieler oben Hennings rum, der den Hennings dann bedient, auch mal irgendwie aus 16 Metern draufhaut und, ja. Ich fand das bei dem, wir hätten jetzt über den wir sind jetzt am Ende des Jahres, aber irgendwann diesen Sommer war ja dieses U-Turnier, U23, U21. Auf jeden Fall hat der für Polen gespielt, weil er am Anfang dieses große Gelände hat, oh, wie will es da überhaupt finden, er ist verletzt, vielleicht schafft er das gar nicht und auch, er hat es geschafft, er hat für die gespielt und er hat dort halt als zweite Sturmsplisse gespielt, hat sich halt hängen gelassen und halt für die Seite, die da war, die Überlastung gesorgt oder halt im Zentrum vorne reingestochen, im Sprint, zack, einen Moment schnell und dann den Abschluss gesucht, fand er mir deutlich besser. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Friedhelm Funkel ihn mag, weil er defensiv arbeitet, Aboma und Tekbeteil machen das anscheinend ihm nicht zu krass genug, was halt aber nur dazu führt eigentlich, dass Kovnacki viel zu viel von hinten nach vorne laufen muss, aber da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich finde zum Beispiel, ein Stöger wird Kovnacki richtig gut tun. Ja. Weil Kovnacki ist halt auch ein Spieler, der halt in die Zwischenräume, sag ich mal, geschickt wird. Er kann dann auch mal ein, zwei Spieler stehen lassen, aber was Kovnacki halt nicht kann, ist, selber mit dem Ball auf die Abwehrreihe zulaufen oder zumindest aktuell nicht, weil ihm dann die Eier fehlen oder halt, ja, weil ihm halt aktuell das Selbstvertrauen fehlt, dann sag ich mal, den Ball einfach nur vorbeizulegen und dann drauf zu hauen oder sich wirklich mal durchzutanken. Ja, hast du die Scheiße am Fuß? Das hast du die Scheiße am Fuß? Man merkt Kovnacki halt richtig an, ihm fehlt aktuell das Selbstvertrauen und deswegen trifft er falsche Entscheidungen, weil er will was richtig machen und weil er will so zwanghaft alles richtig machen, dass er dadurch in die falsche Entscheidung reinläuft, im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es halt dann leider, kann man dann in dem Moment und aktuell ist halt auch so, wir nehmen jetzt am 29.12. auf, wir haben, es gibt jetzt Gerüchte, dass Fortuna an Skripski dran ist von Schalke, der früher bei Union Berlin gespielt hat, wo ich mir denke, ja, noch ein Stürmer, obwohl wir eigentlich mit Hennings einen gesetzten Stürmer haben. Man muss halt, Fortuna muss halt mehr Tore schießen. Ja, aber Skripski hat bei Schalke eigentlich eher rechts gespielt. So etwas, was für mich nicht ganz klar ist, weil momentan Skowlowski links gesetzt, rechts ist Tommy gesetzt und Backup ist dann Ampoma und dann Dingenskirchens, Tepetai und vielleicht noch irgendwer, der mir gerade entfallen ist, wir haben auch noch Thomas Plehle, der irgendwie überhaupt keine Rolle spielt. Der war irgendwie verletzt. Ja, aber auch als er nicht verletzt war, hat er keine Rolle gespielt. Er kann links, rechts spielen und offensives Zentrum. Keine Ahnung, bei Fortuna intern hört man eher, dass er nicht die Qualität für die Bundesliga hat und das halt im Training auch zeigt. Ja, ich glaube Plehle ist auch eher ein Spieler, den hat halt Fortuna geholt, weil der ablösefrei war und der kann halt gut den Kader auffüllen mit seiner, mit einer gewissen Qualität, aber ich denke mal nicht, dass er als Stammspieler in der ersten Elf gesehen wurde, sondern eher als Backup, dass man den immer mal wieder reinwerfen kann. Ich meine, er kommt von einem Zweitliga-Absteiger, dann wird er hier keine Wurzeln ausreißen, sozusagen. keine Bäume, keine Bäume ins Kornfeld werfen. Ihr pusselt euch euer, 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 pusselt euch euer Sprichwort zusammen. Das ist immer frei, denn es ist Sommer, nee, es ist Winter und deswegen ist auch das Transferfenster offen und jetzt ist halt die Frage, Micha, siehst du auch im defensiven Mittelfeld Handlungsbedarf oder hast du da genauso wie Fritter Puckel die Meinung, wir brauchen mehr Stürmer? Ja, wie soll ich das sagen? Ich finde, uns fehlt aktuell einfach nur die Kreativität im Mittelfeld. So, aber da halt Stürger zurückkommt, haben wir meiner Meinung nach das Problem gelöst. Die Frage ist natürlich, kommt er so gut zurück, wie er gegangen ist? Baker hat halt aktuell keine Einsatzchancen, wo ich der Meinung bin, man muss Baker spielen lassen, weil er die Kreativität halt ins Mittelfeld bringt. Aber Friedem Puckel hat halt das Problem, dass er nicht defensiv stark genug ist und kein Deutsch spricht. Und er ist halt nur Leihspieler. Also sagt Flitter Puckel, nö, ich stehe dich nicht auf. Könnte auch über Friedem Puckel sprechen. Ja, aber das machen wir am Ende. Das machen wir am Ende, willst du ausrasten? Nee, ich bin, ich sag mal so, ich hab jetzt im Vergleich zur letzten Folge, wo ich dann eigentlich gesagt hab, ja, ob man nochmal mit dem verlängern soll, ich hab halt, ja, er bringt, Funkel bringt halt eine Ruhe in den Verein und hat halt, ist halt so eine Vaterfigur für die Spieler. Ja, vielleicht muss man sich damit zufrieden geben, weil in meiner Meinung nach hat er taktisch oder auswechslungstechnisch nicht immer das, was meiner Meinung entspricht, aber ich denk mir so, ja, wenn wir mit Funkel die Klasse halten, soll er auch bleiben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sein Vertrag, den er jetzt verlängert hat, ob der jetzt auch für die zweite Liga gilt, aber ich find, in der zweiten Liga sollten wir mit einem neuen Trainer anfangen, aber solange wir erste Liga spielen, kann er gerne bleiben. Friedem Funkel hat um einen Jahr verlängert, wenn Fortuna, also er hat um einen Jahr verlängert, aber nur der Vertrag ist nur gültig für die Bundesliga. Das find ich halt richtig, weil wenn wir schon absteigen und Ehen nochmal neu aufbauen, kann man dann mit einem neuen Trainer. Ich hätte halt gesagt, wenn du jetzt mit Funkel verlängerst für ein Jahr und aktuell sieht's halt so aus, als wird's richtig hart in der Rückrunde, hätte ich mir halt eher gewünscht zu sagen, entweder, okay, wir warten noch oder, lieber Friedhelm, wenn's nicht reicht, dann geht's auch für dich in die zweite Liga, weil ich hab halt irgendwie das Problem, das ist so ein Mentalitätsding, wenn Fortuna jetzt irgendwie die nächsten 50 Spiele rumkrabbt, ne, und da halt dann nichts reißen kann, aus irgendwelchen Gründen immer, ja, Friedhelm Funkel, der muss nicht in die zweite Liga, aber der komplette Kader, warum sollen die sich dann noch für den Friedhelm den Arsch aufreißen, dass der ihnen ja länger Geld verdienen kann? Ich denke eher nicht. Ja, aber die Mannschaft reißt sich ja den Arsch für sich, also, ja, wie soll ich das sagen? Warum für sich selbst? Wenn, 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 wenn dein, wenn du, wenn dein Chef sagt, so, ja, wenn die, wenn die Zahlen scheiße sind am Ende des Jahres, ja, ich bin mit einem schönen Boni weg und, äh, ihr bleibt hier und wer halt einfach neu kommt, der tritt euch dann in die Eier, weil ihr scheiße wart. So, das ist halt für mich halt überhaupt nicht, äh, irgendwie greifbar tatsächlich. aber für mich ist das halt, ja, der will auf das höchste Niveau gehen. Nein, es, es geht nicht darum, dass er auf dem höchsten Niveau gehen will, aber, ich glaube, Funkel liegt auch was an der Fortuna und ich glaube, der, der will halt Fortuna in der Liga halten und wenn es halt nicht klappt, dann finde ich es halt gut, wenn er dann sagt, ja, okay, es hat halt nicht gereicht. Ihr könnt jetzt in der zweiten Liga nochmal neu aufbauen mit einem neuen Trainer, weil, wir sind ja auch in der zweiten Liga nur aufgestiegen, weil die 17 Mannschaften halt schlechter waren als wir und nicht, weil wir besser waren als die anderen. So, ja, ich finde halt, wenn man abschneigt und eh neu aufbauen muss, dann sollte man einen Trainer holen, der halt auch neue Ansätze hat. Ja, wie gesagt, wenn wir absteigen, dann bin ich der Meinung, dann sollten wir ohne Funkel in die zweite Liga gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann so enden können wie jetzt Nürnberg oder Hannover, dass das dann eher Richtung Drittliga geht am Ende. Ja, aber ich finde, es ist bei Funkel zum Beispiel auch kein Problem, dass die Spieler wissen, wenn wir absteigen, ist Funkel weg, sondern ich denke mir eher, die Spieler mögen den Funkel, das ist ja das Positive am Funkeln, dass er irgendwie so eine Vaterfigur für die Spieler ist und deswegen denke ich mal, dass die sich denken, ja, wir wollen den Trainer behalten oder die Spieler, die den mögen, wollen ja, dass er Trainer bleibt und deswegen reißen die sich halt den Arsch auf, damit er Trainer bleibt. Also ich denke, das ist halt eher was Positives oder für mich wäre es halt eher eine positive Ausrichtung, aber da ist halt natürlich jeder Charakter auch anders. Ihr könnt uns gerne mal eine E-Mail schreiben beim Projekt-Megaphone-Podcast.com unter die aktuelle Folge, gerne auch auf Twitter hat Megaphone95. Was ihr davon haltet? Funkel ja oder Funkel nein? Micha sagt eher Funkel ja, das ist toll, dass der bleibt und auch nur für ein Jahr und was man am Schicksal verlässt, weil die Spieler dann Gas geben und ich sag erst so, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob dann wirklich das Zahnrad ineinander greift. Wie die Verantwortlichen sich das denken, dann schickt uns das gerne in die Internet, Social Media Welt und wir diskutieren dann darüber. Also ich sag Funkel, Erste Liga ja, Funkel, Zweite Liga nein. Ich würde sagen, ja oder ganz oder gar nicht. Ja, aber nein, für mich ist es halt strategisch gesehen, weil wenn man in die zweite Liga absteigt, dann Kannst du Jus Luo Kairo? Nein, weil aktuell in der ersten Liga ist es halt wirklich aktuell Überlebenskampf. So und dafür passt halt der Funkel. Aber wenn wir halt in die zweite Liga gehen, wo ich mir dann denke, dann in der zweiten Liga könnte man dann vielleicht auch mal einen Ukoye ins Tor packen, wenn Steffen weg ist. Oder man, aber ein Ukoye wird unter Friedhelm Funkel niemals Stammtraumat. Welcher junge Spieler wird unter Friedhelm Funkel jemals Stammspieler? Keiner. Doch Kovnanski, aber der kostet 10 Millionen oder 14 Millionen. Nein, aber zum Beispiel Bebu, der Bebu hat ja auch gefühlt eineinhalb Jahre länger gebraucht, Stammspieler zu werden, als meiner Meinung nach nötig gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwelche, welche Themen auf der Agenda haben, außer dass wir uns ein tolles Trink lange wünschen. Achso, bevor du abmoderierst, ich wollte mal wissen, wie alt seid ihr eigentlich? Schreibt uns mal, wie alt ihr seid, weil irgendwie habe ich, ja, keine Ahnung, für mich sind halt Leute, die unseren Podcast hören, sind halt Leute in unserem Alter, aber deswegen schreibt gerne mal, wenn ihr auf YouTube hört, in die Kommentare, wie alt ihr seid und sonst gerne bei Facebook, Twitter, Instagram. Einfach mal reinschreiben. Deswegen müsst ihr auch einfach nur 16 32 87, keine Ahnung, einfach reinschreiben. So, ich bin der Wamm, Drübbeler, erst wenn es gehört, auf Twitter und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Schaltet auch wieder ein zu Megafon 95 im neuen Jahr, teilt uns, liked uns, liebt uns, lasst ein Abo da, like da, follow da, review da, whatsoever und dann geht es auf jeden Fall weiter. Jetzt übergebe ich das letzte Wort an Michael. Dann ein gut Kick in die Runde und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.